Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute geht es mit den While Schleifen los. While Schleifen sind sozusagen eine Art Vorschleife, allerdings ein bisschen freier kann man sagen, das heißt man hat nicht so schöne Restriktionen wie man muss jetzt bei der Vorschleife immer schreiben, vor i gleich 0 bis i halt 10 ist oder sowas und wir erhöhen i in jedem Durchlauf. Nein, bei der While Schleife schreibt man einfach while irgendeine Bedingung, also Bedingung und dann sagen wir hier mach irgendwas, also sowas wie window.alert und dann geben wir hier zum Beispiel i aus, wobei i kennen wir jetzt aktuell noch nicht, die definieren wir uns gleich. So, und das ist auch schon alles, was man bei while braucht, das heißt solange diese Bedingung hier wahr ist, wird dieses i ausgegeben als Alert. Das ist natürlich mega nervig, wenn ihr da unendlich viele Alerts auf der Webseite kriegt, bringt euch das relativ wenig. Aber in manchen Sachen ist das sehr sinnvoll, keine Ahnung, da fällt mir zum Beispiel jetzt von anderen Programmiersprachen Listen ein, aber die werden euch relativ wenig sagen, wenn ihr noch nie damit gearbeitet habt. Aber generell haben wir hier häufig mal irgendwelche Funktionen, die uns dann später Booleans zurückliefern und das heißt wir schauen einfach jedes Mal, ist unsere Funktion liefert die mir noch true zurück, solange machen wir eben das, was hier drin steht, ansonsten brechen wir ab. Und dann müsst ihr aber auch wirklich darauf achten, dass irgendwann, spätestens nach, keine Ahnung, eine Milliarde Mal, sollte dann halt irgendwann mal false rauskommen, sonst habt ihr eine Endlosschleife. Okay, in unserem Fall sagen wir jetzt einfach mal, diese Bedingung ist i kleiner 10, also solange i kleiner 10 ist und hier definieren wir uns wahr i als 0. So, und jetzt Vorsicht, wenn ich das jetzt laufen lasse, dann ist die Bedingung auch immer wahr, denn i, also 0, ist ja immer kleiner als 10, das heißt wir haben auch hier eine Endlosschleife. Passieren tut dann folgendes, ich kann es euch gerade mal kurz zeigen, wir kriegen einen Alert und wir kriegen noch einen 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 und egal wie oft ich hier draufklicke, wir kriegen immer mehr Alerts, das heißt wir haben hier Schwierigkeiten irgendwie, ja, irgendwas Sinnvolles zu machen. So, ich habe jetzt das ganze Fenster hier tatsächlich nochmal schließen müssen, aber ihr seht, die Seite lädt auch nicht mal zu Ende, selbst wenn ich jetzt hier den Alert ausgeklammert habe, das heißt wir haben hier tatsächlich eine Endlosschleife drin und es wird einfach niemals zu einem Ende kommen, das ist wirklich ein Problem. Das einzige, was euch dann noch bleibt ist, ja, die Seite nochmal durchzudebuggen sozusagen, aber das soll auf keinen Fall passieren. Was man machen muss also ist folgendes, wir sagen hier i++, hier unten halt zum Beispiel oder irgendwie wieder, wie gesagt, irgendwas anderes, was dazu führt, dass diese Bedingung irgendwann mal falsch wird. Ja, das war die Fehlermeldung, dass unsere Seite nicht reagiert, die schließen wir jetzt natürlich und jetzt haben wir das hier, wenn wir neu laden, haben wir erstmal ein paar Meldungen hier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und nach 9 kommt fertig. Das heißt, i kleiner 10 liefert mir insgesamt Alerts bis 9, weil i gleich 10 nicht mehr ausgeführt wird. So, jetzt schauen wir aber mal, was passiert, wenn ich hier zum Beispiel i kleiner 0 mache. Deswegen, ich möchte euch jetzt gleich noch die zweite Alternative zeigen, denn die while Schleife ist jetzt für euch, da ihr die vorschleife schon kennt, nicht mehr so spannend. Ich möchte jetzt mit euch tatsächlich dann noch die do while Schleife gleich im selben Video machen, die wird nämlich auch manchmal benötigt, aber eben nicht immer. Okay, wenn jetzt hier i kleiner 0 steht, naja, was erwartet ihr denn? i kleiner 0 für i gleich 0 am Anfang gesetzt ist logischerweise falsch. Okay, das bedeutet, wir bekommen hier überhaupt keinen Alert und das heißt, die while Schleife hat im Prinzip nichts gemacht. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das hier oder i sei irgendeine Variable, die wir von der Berechnung gekriegt haben oder von mir aus auch von einem User Input. Das heißt, wir wissen nicht, was da drin steht. Aber wir wollen, dass das hier mindestens einmal ausgeführt wird. Naja, dazu gibt es dann die do while Schleife und die macht im Prinzip genau das. Sie führt mindestens einmal aus, aber falls die Bedingung falsch war, führt sie dann eben nicht häufiger aus. Okay, was man macht ist folgendes, man kopiert oder man schiebt erstmal dieses while hier runter. Ans Ende muss ein Semikolon und vorne dran muss ein do. So, und dann haben wir die do while Schleife. Achtung, dieses Semikolon hier wird sehr, sehr gerne vergessen. Das heißt, wir haben hier mache das hier, solange diese Bedingung hier falsch ist. Okay, das erste Mal wird es auf jeden Fall gemacht, egal ob die Bedingung falsch ist. Und danach wird das erste Mal die Bedingung überprüft. Und ansonsten unterscheidet sie sich nicht von der while Schleife. Das heißt, falls die Bedingung gleich am Anfang falsch sein sollte, wird trotzdem hier einmal das gemacht. Und ansonsten ist es eine stinknormale while Schleife. Mehr ist es nicht. Okay, wenn wir uns das mal angucken. Hier haben wir 0 als Ausgabe und schon haben wir keine Ausgabe mehr, weil eben diese Bedingung hier falsch war. Gut, das waren die while und die do while Schleife. Damit könnt ihr auch ein bisschen rumspielen. Und ja, im Prinzip kann man auch jedes for als while Schleife umschreiben und fast jede while Schleife, eigentlich jede while Schleife kann man auch als for irgendwie umschreiben. Okay, dann war es das wieder mal von mir für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.